Hallo ihr Lieben, das neue Jahr hat angefangen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich wünsche euch alles Gute, für eine Gesundheit und vielleicht, dass uns Corona endlich bald in Ruhe lässt. Wir machen noch mal ein paar Tänzchen heute. Vier Stück sind es. Ich fange gleich an mit dem Boots guten Boogie. Einmal trocken. Rechte Hacke, linke Hacke, rechte Hacke, linke Hacke. Zerre, block, zerk. Zerre, block, zerk. Weg, weg, drehen. Seite, Hinterseite, tap. Und noch eine Runde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt noch Musik. Fünf, sechs, sieben, acht. Seite, Hinterseite, tap, und wieder mal vor. Und step, und step, step, und step. Rück mit, drehen. Rück mit, drehen. Rück mit, drehen. Drei, up. Und drück, zweihund. Rechts, links. rechts, rechts, links und links, rück mit drehen, und das ist auch möglich, vor, vor, rück mit drehen, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Hopp, letzte Runde. Rück mich drehen. Eins, zwei, drei. Gleiche Schaft. Einlösen. Fertig. Danke.